Die Heaven-Map nicht auswählen, weil die hat keine Waffen. Nur der Traitor hat da Waffen aus. Oh, okay. Oh, das ist ja... Das ist aber lustig. Das macht es dann mal interessant zwischendurch, so eine Runde. Naja, man hat der Crowbar. Man hat Crowbar. Alle auf die Traitor, boom, boom, boom. Man kann sich verstecken. Also, das ist quasi... Verstecken mit... Versteck von. Verstecksterben. Ja, nur halt nicht nur fangen, sondern töten. Waren wir schon mal, oder? Ja, ich glaube. Ja, kenn ich das. Ja, hier waren wir schon. Mit dem Traitorraum auf dem Dach. Der Traitorraum. Der Traitorraum. Okay, mein. Oh, Traitorraum. Ach, war das die mit... Und zwar mit diesen komischen Türen zwischen den Zimmern, durch die man auch als... Hallo, Nurika. Hallo, mein Freund. Hallo, die Helm. Hallo, die Helm. Was ist denn das hier? Ist da jemand gestorben? Die Traitorfalle ist offen. Oh, well, the Traitorfalle ist offen. Ja, Elfe. Traitorfalle. Ich habe einen ganz beschissenen amerikanischen Akzent. Jeha. Die Elfe guckt die ganze Zeit gegen die Wand. Warum machst du das? Elfe guckt gegen die Wand. Ich hatte gerade ein Leck. Warte. Das ist gut. Was ist der Elfe? Ich mach das nochmal, warte. Meine Freundin kann es auf den Tod nicht leiden, wenn ich einen amerikanischen Dialekt nachmache. Oh, well. Oh, hallo. Oh, hallo, Timber. Wow, hallo, Timber. What the fuck are you doing? Oh, man. Ähm, okay, halt, Moment. Stop, 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 stop. Halt, stop. Ich bin gerade hergekommen und der hat da... Der Wizard hat da das Loch aufgemacht. Was? Wirklich? Ja, du bist aus der Richtung gekommen, wo das Loch offen war. Alles klar. Also vor ein paar Sekunden zumindest. Nein. Sehleutzer Sicht, kann ich schießen. Doch, du bist genau hier hergekommen. We'll get him next time. Ja, und? Oh, hallo, Chess. Das ist dementsprechend voll ein bisschen Verdacht, dass du das Loch aufgemacht hast. Nein, das hab ich auf keinen Fall. Nein, das hab ich auf gar keinen Fall. Das Loch aufgemacht. Wizard hatte gerade eine ganz komische Waffe in der Hand. Hat er immer noch. Ja, ich kann gern einmal schießen. Oh, da ist ein Boomerang geflogen. Die Elfe war das. Die Elfe. Das ist jetzt meiner. Die Elfe war Traitor. Seht ihr? Boomerang dabei, ne? Hallo, Durakart. Wizard, geht auf mich zu. Ich war eh nur zu. Wizard, geh weg. Ja, genau. Wizard, zielt. Wizard, geh weg. Wizard hat gecheckt, ob jemand hinter ihm steht. Wizard, geh weg. Wizard und ich sind alleine. Partner, wie kannst du das von mir trinken? Mal lieber. Wir sind in Amerika. Wolltet uns an, bitte. Geht nicht auf mich, wenn ich einen Boomerang zucke. Dann hab ich nämlich eingelebt. Lieber mein Gootstor. Hallo, Durakart. Hallo. Der Boomerang, muss gar nicht noch sein? Ich fährt den Boomerang. Hi, ich hab einen Boomerang. 2. Traitor, Traitor Tessa gefunden. Warte, warte, was ist das? Äh. Wizard ist irgendwo hinverschwunden. Ich weiß nicht. Der Wizard ist... Ich wege die Elfe mal aufs Bettchen. Hat sich weggezaubert. Ähm. Du bist weggezaubert. Elfe schläft. Was hast du jetzt mit der Elfe davor? Ähm, Wizard ist bei mir. Das überlasse ich dir mal. Wizard, ich geh mal, ne? Wizard, ich geh mal, ne? Nekropholie, oder was wird das jetzt hier? Das ist Stein. Ich geh mal in your way. Wizard ist in die Richtung, wir haben da, ne? Die, da, da, die Richtung, da. Ja. Hallo, Durakart. Okay, Bommardin ist innocent. Er hat die Elfe nur aufs Bett gelegt. Äh. Das will ich aber nicht als innocent bezeichnen, also, ganz ehrlich. Okay. Ist das innocent? Oh, alles ist mitgeschossen. Ja, das war ich. Ich wollte nur meine Deagle ausprobieren. Meine was? Meine Deagle. Ja, touch them early, touch them right. Ich hab immer noch keine Ordnung. 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 Ich seh einfach niemanden. Wo seid die Leute alle hin? Oh, hier ist der Schildgrote. Die sind alle geplatzt. Uiuiui, oh Gott, jetzt hast du mich dabei erschreckt. Alle geplatzt. Brandgranate. Uiuiui. Das ist für dasselbe Zimmern. Könnt's ja ausweichen. Das Z zählt nicht mehr, welche Brandgranate mehr. Hier ist auch irgendwas. Da ist der Traitor. Ja, das ist doch von einem Traitor. Da schmeißt der Brand deine Brandgranate auf. Hey, ich hab gesagt, was ich mach, okay? Ja. Ja, das sag ich jetzt auch. Ja, ich hol jetzt mal die Lagerfeuer-Lead-Buffe raus. Ich hab das Lagerfeuer gefunden. Das Lagerfeuer. Mit oder ohne Lid. Das Lagerfeuer. Hier ist, guck mal, hier ist es auch irgendwas. Da kannst du auch durch. Da muss man aber nur gegenlaufen, oder? Nee, du musst mit ihr. Nee, nee, reicht, wenn du gegenläufst. So. Ah, guck mal, jetzt sind wir. Dankeschön. Oh, hallo. Hallo. Der Sepp. Oh. Der Sepp ist gerade in Tod gesprungen. Man könnte jetzt sagen, ich bin Traitor, weil ich ihn abgelenkt habe. Ja, genau. Oh, der liegt da da unten. Das ist so wichtig. Okay, also ich verlaufe mich hier nur. Ich weiß nicht, was... Komm mal, den. Tschüss. Halt, Lorca. Der lässt mich alleine. Tja, so ist das Leben, ne? Die Justin Cameroon wird mich jetzt garantiert schießen. Au. Warum sollte ich das tun? Mann. Warum sollte ich nicht erst... Irgendwann ist gekommen und hat mich beschossen. Ich kriege das nicht, jetzt sterbe ich. Ich habe keine Ahnung, wo es war. Also es ist einer, der nicht bei euch war. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hi, Mama, den. Ich bin aus dem Gang gekommen. Ja, ich bin aus dem Gang gekommen. Genauso wie Dodaka. Wer liegt da noch? Leute, ich möchte mal kurz einwerfen. Wurde vielleicht ein anderer Traitor wiederbelebt. Aber nee, da... Oh, da ist... Da ist Wizard. Da habe ich gerade gefunden. Just me. Ja. Ne, 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 ne. Ich tue mal weg. Oh, oh, da wurde gerade eine Turtle Grenade geworfen. Okay, also die Elfe liegt ja noch. Wow, 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 wow. Hört mich an. Au, aua. Ich muss jetzt, Leute, ich muss leider campen, weil mich... Also ich glaube, die Turtles habe ich alle erschossen. Eine. Kann man die erschießen? Ja. Ey. Oh, cool. Aua. Mann. Wir haben nur noch 50% Leben. Drecks Turtles. Röcker, liebst du noch? Ey. Ha. Ähm. Ja. Panda. Was, was, ich? Äh. Ja, mich gibt's noch. Ähm. Manuel? Nein. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo du bist. Wo bist du denn? Da ist sie. Wahnsinn. Oh, ich habe viel gemacht. Nice. Sehr gut. Spannend. Was? Ich habe anfangs niemanden gefunden. Da sag ich noch, ja, da holst du ja die Lagerfeuerliefwaffe raus, haha. Und was macht sie? Sie erschießt mich mit der Lagerfeuerliefwaffe. Ja, weil ich dachte, ihr habt das so geredet, dass ich mir so, ach, kann ich ja mal ausprobieren. Habe ich noch nie benutzt. Und dann sehe ich dich da so stehen. Also ich habe eigentlich nur jemanden gesucht und ich wurde nicht angeguckt. Ich habe einfach geschossen und bin weggerannt. Toll. Vor allem, sie war dann ab dem Moment auch einfach ruhig, ne? Und ich dachte, sie wäre tot. Ich war einfach nur verdammt konzentriert, weil ich kann mich hier nicht hausen, ich habe niemanden gefunden, also. Ach so. Ich war erstmal in diesem Traitor-Raum und ich wusste nicht, wie ich da wieder rauskomme. Ich bin nicht die Räume gegangen, weil ich war immer nur in einem anderen Traitor-Raum. Der Traitor-Raum ist fies, ne? Der ist echt gruselig, also. Das ist keine Menschenseele. Oh, was ist denn passiert? Hier ist Panda. Oh, was ist denn der Traitor-Raum? Eieieiei. Eieieieiei. Das ist voll creepy, dass in diesem einen Faden einfach... Ich schau. Ich bin nicht. Dings hier, die Schildkröten aus der Badewanne gucken. Sie kommen dich wohl. In Zusammenhang. Sep, 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 sep. Oh, hi, Willis. Du brauchst immer einen neuen PC, also hier sind ganz viele Einzelteile noch vom PC jetzt, ne? Also, wenn ihr euch da was rausnehmt wollt. Du hast den PC erschossen? Ja. Aber nicht. Panda. Was ist das mit mir? Irgendwer hat schon die Klin-Welle übernommen worden. Auf der Rezeption rum. Hallo. Willst du trampeln, bitte? Nein, warum? Oh. Hallo. Ich geh ja schon. Panda, 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 Panda. Oh, hi. So, ich geh raus und jetzt kannst du rein. Bitteschön. Danke. Hier ist Sepp. Ja, ist ja. Sepp, jetzt geht doch mal. Ja, ist mein Gott, ey. Entscheidet mich mal von einem von beiden Namen. Kann nicht alleine sein. Ich mach lieber Dampfsauna. Das war voll gemein. Ich mach Dampfsauna. Oh, der Dampfsauna ist da drin. Ich wollte den Bombardier mal tunken. Es hat aber nicht funktioniert. Sepp. Ja, boah, der nervt doch nicht. Ey, aber was ist los mit dir, ey? Du bist ständig bei mir, Walla. Ja, Walla. Walla. Walla, schwör der Arme. Scheiß Amerikaner, ey. Oh, Mann. Also, falls jemand Dampfsauna machen will, im Damenklo ist Dampfsauna. Angesagt. Wo ist das Damenklo? Keine Ahnung. Sag jetzt einfach nur noch die Namen. Bei mir ist alles benebelt, deswegen. Also, ich kann jetzt nichts genau sagen. Sepp, bist du benebelt? Ich bin benebelt. Ey. Hilfe. Alter. Geschossen. Hilfe. Das war ich. Ich hab nur das, äh... Äh, ne Turtel fast. Ah! Oh, schock mich doch nicht. Oh, hallo. Du hast was auf dem Klo. Dolaka, auf dem Dampfsauna. Okay, Dampfsauna. Ich geh mal wieder. Das ist ja fast schon Sardinenbahn. Oh mein Gott, es ist Sepp. Oh, schade. Ich darf nicht auf den Händen. Was? Ich hab meine Räume vergessen. Oh, verdammt. Ich hab den Aufzug genutzt. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Juhu. Wow. Ich hab den Aufzug genutzt. Also, ähm... Ich hab ne Brandgarantung. Acht nicht da reinlaufen, dass ne Brandgarantung. Vanna, was machst du doch? Ich fliege. Das ist Manna, ne? Das ist nicht natürlich. Nee, nicht ohne Eier. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Dodaka. Dodaka. Nein, 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 nein. Dodaka. Ich hab nur noch 32 Leben. What the fuck? What the fuck? Warte, hier aus dem Gang. Hier steht Dodaka direkt. Lassi? Warte. Nie. Alter. Okay. Wo sind sie hin? Also, Elfe, ich glaub, du bist innocent. Genau wie ich. Weil ich hab dich jetzt schon mehrfach so gesehen. Und, äh... Wir haben uns beide nicht abgeschossen, also. Kann ich das... Fitt das echt lustig, wie du da so... Kannst du auflegen, ja. Elfe und der Stadler haben sich gerade abgesprochen. Nein, nein, nein. Just Me ist auch hier. Ich bin auch hier oben. Und um den Tun ist alle gegenseitig nichts. Wir sind harmlose Frauen. Wuuu. Oder Karlo. Wir haben grad Spaß mit dem Ventilator. Ich kann's nicht durch, dass du... Also, also, ich würd euch nicht empfehlen, hier hochzukommen. Wir haben gerade Spaß mit dem Ventilator. Wow. Die Frauen haben Spaß mit dem Ventilator. Ich kann da nicht rum, Dodaka. Ich kann da nicht rum, da ist... Ich glaub, über uns. Hätt ich jetzt gesagt... Geh mal ins Bad, wenn du unbedingt willst. Mein Gott. Nur weil da jemand zum Dings geschossen hat. Lange nicht, dass sich das war. Ne, wie gut. Jetzt können wir hier dekorieren, auch, oder? Ich hab doch gar nichts gegen dich gedacht. Ja, aber du versteckst dich so. Als würde ich... Echt? Ich laufe hier rum? Nee, ich laufe hier rum. C'mon, niemand hat irgendwas immer gefühlt. Alles, wir haben ohne für uns. Voll süß. Kawaii. Au, au, au. Jetzt muss man hier wieder ganz... Thriller, ich weiß nicht, wer mich abgeschossen hat, aber ich kann Thriller. Ich hab dich gehofft, ich hab dich gehofft, ich hab dich gehofft. Wo seid ihr denn? Ich vermessen, dass ein Panda ist tot. Das kann nur ein Traitor fragen, wenn sie verarschen. Na! Oh, ja. Sepp! Das war so klar gewesen. Der ist mir schon die ganze Zeit gefolgt, der Sankt. Ich bin dir nicht gefolgt. Das war echt keine Absicht. Du bist für den Scheiß gefolgt. Deswegen hab ich mich dann so verdächtig verhalten, weil ich da... Oh, die springe in den Tor, ey. Mal gucken. Mal gucken, was er jetzt macht. Okay, ist richtig laut. Meine Güte. Haha. What the fuck. Irgendwer ist office-nuts. Da ist jemand office-nuts. Da ist jemand office-nuts. Könnt ihr mal aufhören, bitte? Meine Ohren, bitte! Hör doch mal auf! Ich brauche keine Muni mehr. Oh, man kann die einzelnen Tasten rausschlagen aus dem... Was? Man kann die einzelnen Tasten rausschlagen aus den Tastatoren. Finde ich sehr cool. Wieso? Wow, da hat Physik. Da hat Physik-Effekts. Was cool aussieht. Besser als Physik. Ich bin innocent. Ich auch. Sei innocent! Ich bin T-T-T-T-Nekoni. T-T-Nekoni bin ich. T-T-T-T-Nekoni. Macht Spaß heute. Und da ist jemand tot. Ähm, wer war das? Da hat ja gerade jemand gepiekt. Ich habe nicht gesehen, wer das war. Ich habe nur eine Diskopie geworfen. Ich werfe immer Bomben rum, das wisst ihr doch. Ist klar. Also es war jemand mit Shotgun, oder? Ja. Ich habe keine Shotgun. Ich habe nur Mack. Ich habe eine Shotgun, aber ich war nirgendwo in der Nähe. Nee. Oder? Wer lebt denn alles noch? Ich hab seinen Schrei gehört. Ich wette, wenn ich jetzt da durchgekommen umgekehrte Falle. Wer lebt denn alles noch? Äh, Elfe. Elfe, weg, weg, weg. Ja, dann geh doch weg, geh doch weg. Ja, ich geh weg. Guck, er hat ne Schafgang. Ja, ich, ich auch. Weiß ja nix. Ich hab ihn aus dem Raum rauskommen sehen, wo er definitiv da drin sein kann. Das ist lecker. Definitiv nicht. Nein, ich lecker. Hallo, Elfe. Wizard hinter mir. Shhh. Shhh. Elfe ist. Elfe und Wizard. Elfe ist tot. Habe ich erledigt. Elfe hat's. Elf erledigt und hat's. Also Elfe und Wizard sind es oder was? Ah, hi Bombardin, hi. Nee, die tun's nie was. Elfe ist tot. Elfe wurde als Schalter bestätigt. Ja, hab ich gesehen. Ich wollte mir einen Boomerang draufwerfen. Also ich hab jetzt einen Boomerang. Ich lauf jetzt mit Boomerang herum. Ich auch, hi. Gut, ich lauf mit der Schroflinde durch die Gegend. Ja, das heißt, der Wizard ist es. Hä? Ja, irgendwer hat Wizard gesagt gehabt, oder? Die beiden in einem Boomerang. Ja, die JustMe, aber die war Traitor. Hey, was? Hä? Nein, die Elfe war Traitor. Nee. Ist JustMe confirmed tot? Ich hab ab... Klar, Wizard. Jo. Duell? Well, well. Well, well, time for a duel. Yes, indeed. Die Dings wiederbelebst, die Elfe, das wär gemein. Tja. Das wäre voll fies und richtig, richtig mies. Oh, ja. Oh, nice. In der Face. Warum hast du sie denn nicht wiederbelebt? Das kann ich jetzt vertreten. Nein. Ich hab gar nicht dran gedacht, um ehrlich zu sein. Er hat sich sogar gerade dran erinnert, dann bist du an ihr vorbeigelaufen. Ja, aber ich hab ihre Leiche nicht gefunden. Du bist an ihr vorbeigelaufen, als du die Treppe runterkramst. Ja, ich hab sie nicht gesehen. Man kann die ja auch nicht vom Außen erkennen, ne? Also... Die Leichen sind doch alle gleich aus. Ja, tot, oder was? Ja. Die Leichen sehen alle so tot aus. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ja. Ach, die Toten sind doch eh alle gleich. Oh, jetzt werden wir alle unter einen Hut gesteckt. Ja, 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 ja. So stillschweigend. Ja. So krass. Leichenrassismus. Ich fand's gut. Direkt am Anfang du da kann man erschaffen. Ja, danke. Danke. Mein Ziel ist erreicht. Ja, bitte. Gern geschehen. Jetzt hab ich sowas sehen. Ah, Leute. Bei dir. Ich erwarte einen Aufzug hier. Hm. Deswegen fahr ich jetzt mit. Hä? Wo bist du denn? Weg. Hier wurde grad... Hä? 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 Was war das denn? Warum nicht? Ah, unnötige Anschuldigung. Nur weil sie gesehen hat, wie ich jemanden getötet habe. Mein Gott. Ach, Sepp. Meine Güte. So, mein Lieben. Was habt ihr? Ich hab ne dicke Kanone in der Hand. Also... Auf jetzt. Ja, wer das jetzt... Wer das jetzt so versteht, ja? Der ist... Der ist selber schuld. Der ist wirklich selber schuld. Das ist nicht mein... Nein. Du hast also dicke Kanone in der Hand. Ist gut. Das möchte ich gerne mal ausgeführt haben. Nein, das willst du nicht. Kann ich mal deine dicke Kanone ziehen? Du dacke! Du dacke! Du dacke! Oh Gott, hier ist jemand gestorben. Ach mein, jetzt hab ich keine Kanone mehr. Hier ist jemand gestorben. Oh Gott, ich bin die... Du dacke! Ich trau dir nicht. Was denn? Wenn ich gleich tot bin, dann... Es ist... Oh mein Gott, es ist... Warte, warte, warte. Gleich hab ich's. Wer ist Timber? Sepp, Sepp, Sepp! Na, wer hätte das gedacht? Sepp! Ja, wer ist denn das wohl? Was ist denn los? Ich trau dir nicht! Ich trau dir kein Stück! Haha! Du bist der zweite blöden Ding! Okay. Sorry, aber die war halt auch gut. Ja, hast du wahrscheinlich... Ah! Dodaka! Ja, wer hätte das gedacht? Dodaka hat mich grad erschossen! Ja, gut so. Dann haben wir die Runde ja auch schon wieder fertig. Ich werd gleich... Ich werd gleich tot sein! Ich werd gleich tot sein! Ja, keiner hört dir zu! Du bist die letzte Überlebende! Wow! Keiner hört dir zu! Oh, wow! Ja, Mann! Du hör'n schon! Antworten kann da niemand! Meine Güte! Ah, die Runde war schön! Naja, also... Ja, du hast da auch so blöd auf den Ding rumgestanden und auf den Kack rumgehauen, ne? Ja, mach ich immer! Weißt du doch! Ja, gut, dann kann ich schon nächstes Mal auch schon so töten, ne? Nee, 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 nee! Was ich sagen muss ist, dass die Traderwaffen ganz schön stark sind. Welche, was? Die RPG? Also... Nee, allgemein so. Es sind ja auch nur zwei Traitor gegen vier... Ja, richtig! Das ist ja der Sinn dahinter. Ja, aber ich find, das ist ja schon ein bisschen zu stark. Ne? Weil, wenn man nen Verdacht hat, und dann eins gegen eins macht, dann kann man... Nee, ich fahr' jetzt nicht mit... Wenn ich sterbe, ist Elfe auf jeden Fall Traitor! Wieso? 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 Wenn ich sterbe, ist Bombi Traitor, wir sind bei dem Aufzug. Wieso? 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 Ich trau' dem Dodaka nicht so wirklich, der creep da hinten so an der Traitor-Tür rum. Also Bombardin ist auf jeden Fall... Hä, was ist denn eine Traitor-Tür? Wuuu! Okay, Panda ist safe. Da ist ne Traitor-Tür. Wizard erledigt. Und wer die Map kennt, weiß, dass da ne Traitor-Tür ist, man sieht auch die Unebenheit in der Wand. Mein Gott. Ich geh' ja schon. Das hier meinst du? Ja, genau das da. Aha. Also wenn ich gleich tot bin, dann ist es Dodaka. Ja, genau. Puh! Hi Dodaka! Panda! Läuft mir voll in die Nase! Panda? Hi, ich bin Confirmed Uno. Ich wurde eben von einem Traitor abgeschossen, jetzt Confirmed... Wizard hat auf Panda geschossen. Wer hat da... Holy Shit! Wer war das? Ich war's nicht. Hier ist ne Panda... Nein. Das nie? Nein! Ich war's nicht! Nein! Komm mal die Kanzelzeit aufhören mit deiner blöden Leichenständerei die ganze Zeit! Ich bin hier hinten lang gelaufen und die Rakete kam da hinten aus der Tür raus. Ich war's nicht! Was ist denn da für'n Scheiß? Ehrlich, ich war's nicht! Lass sie doch einfach in Frieden sterben, Mann! Okay. Ja, was weiß man? Bäm! Bäm! Boah, geiss. Fuck, ey! Fuck, ey! Okay, Justin, ey! Jetzt zieh ich da auf Klasse! Da über alle leichen Stünderei, meine Kinder! So! Bäm! Und sowas! Und sowas nicht deutsch. Dordakar, ein Bumerang! Dordakar, ein Bumerang! Dordakar! Okay, Dordakar ist es! Dordakar schieß! Dordakar. Wo seid ihr denn alle? Achtung, Achtung! Der hat ne... Der hat ne Shotgun! Der hat ne Shotgun! Ich komm mal mit dir mit! Ah fuck! Mit dem Bumerang, geil! Gut gemacht! Mit den eigenen Waffen erledigt! Hab ich denn keinen mit dem RPG getötet da oben? Da waren wir schon in Japan Nightfire! Die Panda! Ah, immerhin! Ja, immerhin ein, meinte ich! Ja, ich war aber auch schon bei 50 Prozent! In den Nightfire waren wir schon! In Japan waren wir schon! Ich war da noch nicht! Tja! Ich war noch nicht in Japan! Satisfaction, alles klar! Ich war jetzt in zwei Karten untereinander! Satisfaction! Kein einziges Mal Traitor! Hast dich heute alles, Spombardin! Heute hast dich alles! Ja! Yes! Ich hasse euch auch!